zack 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 der lässt mich in ruhe sehr schön ich muss das erste mal die schmiede anwerfen hier zack zack eisen ist hier genug holz brauche ich nicht da nicht hier ich glaube er lag rechts da geradezu ja er liegt vielleicht sein aber vielleicht ist dann feind und nach dem betäubt aber du scheiß vogel wenn es der typ den ich da vorhin geschossen habe mal tratiert hat guck mal wo drin liegt dann werden wir jetzt sehen da liegt nix drin das ist meiner oh der steht auch gleich auf wenn er nicht gleich alles auffrisst sehr gut komm mit mein freund ich habe mir gebraucht sehr gut gut gesehen habe ich überhaupt nicht gesehen vielleicht dachte er ist der klemmt aber irgendwie hat er nicht betäubt jetzt ist harvis fennig sehr gut richtig bleibt mir hier stehen jungs ich gehe mal gucken ob der da oben noch ein paar steine hat komm ich da durch wo ist der liegt noch einer von den Typen hier rum der lag in der Ecke ich glaube wir kosten irgendwo da in der Tasche zack was hast du denn da was hat er noch steine hat er keine toll also ich brauchen könnte hat er nicht wunderbar super am haben ok die schmieden brummen zack ähm holzkohle habe ich massig du mal die nase weg du Affe zack äh eisen 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 habe ich noch eisen irgendwo hier rumliegen ne habe ich nicht warte sind denn die Taschen da noch sind da noch eisen oder irgendwas drinnen ne ne warte ich muss jetzt mal hier Zeug herstellen Taschen welchen Taschen ja Holzkohle ist da drin ne und Holz von hier Holz nein zack zack aber was auch ich stelle mir jetzt meine erste Wumme her wegen feuerarm äh Wut Wut gar kein Thema was soll ich mir herstellen Pistole oder ne Sniper hahaha ja T-Rex hast du bei unten Pistole ok oder ne Shotgun ja eigentlich was dann ne Shotgun zu spät Shotgun ist ähm so ähm vielleicht kriege ich sie noch ein Pistole zack durchladen tu doch die Schweinerübe weg er sagt gibt mir auch nen Geist meine Fresse kommst du mit komm komm du Arsch komm komm her komm Fifi jetzt Harvestfaming Harvestfaming ist mir scheißegal Amesfaming weil gleich kommt die kommt die Wand kommt die Wand kommt die Wand zack du möchtest irgendwas irgendwas bauen zack zack das bringt überhaupt nichts wunderbar zack her Steine brauche ich nur ich brauche einfach nur Steine zack Steine bau zack äh ok ne ne ich baue jetzt erstmal auf jeden Fall zack zack ich baue Munition und zwar 40 Schuss zack ähm 1 2 3 zack die immer noch 40 1 2 3 jetzt 40 passt doch 40 Schuss ähm ich kann auf mein Ding ein Fernglas bauen zack so weit so gut dann nützt sie nix das ist hier so der einzige Metallfelsen der auch da ist da oder was ok Metall 3 2 3 2 3 2 2 Geh mir Metallhund 3 4 yeah Geh Metall Was haben wir denn hier drin Öl haben sie hier drin Öl kann ich schon Granate bauen das ist gut so ein Scheiß dahin baut zack ok rein damit hell damit hell damit ja der Scheiß muss weg äh so so am am zack jus zö ich steh hier doof rum Ring of Death sehr gut und jetzt ist der Scheiß fertig ok was hab ich gesagt Steine brauche ich hab ich gesagt ne Steine 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 Eigentlich müsstest du erst Metall raffen dass das mal durch brutzelt Steine schnell zack wozu echt ja wozu soll ich noch Steine noch Ende 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 super Produktion hier nochmal schnell ähm zack ich brauche noch ein paar Granaten das werdet jetzt gewesen sein zack zack wie viel brauche ich denn für eine Granate ah da brauche ich Gunpowder Gunpowder ist kein Problem zack Gunpowder ist das doch ein Problem warum ist das ein Problem zack jetzt nicht mehr blüpp 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 zack zack da hab ich auch noch zack ähm Spot-Ding Survivor-Tracker genau Spot-Ding Unten am Strand sind auf jeden Fall 2 Mann also gegenüber aber nicht für vorne gegenüber ne ne ah da hinten prima die sind am Metallspot wahrscheinlich genau die werde ich gleich weghacken ganz einfach so habe ich gerade beschlossen die hacke ich gleich weg so zack Action Action Jackson wo wird die da verarzt denn so zack Granaten brauche ich zack zack äh Weapons und exklusiv Granaten 1,2,3,4,5 5 5 Granaten 6 Granaten sehr gut so Action Jackson 6,6,6,6 zack zack öpf so kommen wir hier noch ein paar Pfeile sicherheitshalber so so Munition kann ich auch mitnehmen äh Munition Gunpowder Öl lasse ich drin ähm Helmet kann ich jetzt noch bauen brauche ich noch ein paar Gunpowder brauche ich noch Gunpowder sag mal her habe ich noch Gunpowder ja kann ich noch bauen vier Stück 3,4 zack Helmet ich brauche noch Murmeln ganz normale äh ne doch Mili Mili brauche ich nicht Murmeln habe ich gesagt brauche ich ganz normale oder Moment mal kann ich noch eine exklusiv kann ich nicht ein Stein fehlt ein Stein zack Helmet ok nehm ich ähm zack Amo zack Helmet oh schade ist das keine vernünftige Suppe hab ja wiedersehen wir gehen wir gehen Männer komm wir gehen die rennt schon nach oben da scheinbar das werden wir gleich sehen das werden wir gleich sehen Hunger habe ich vor dem Hamm so zack abzapfen rechts am Strand ist ein T-Rex Vorsicht und gegenüber ist oben ein T-Rex und gegenüber ist oben ein T-Rex wenn das recht ja ja wie soll ich jetzt da rüber kommen ohne irgendwas mit dem Vogel nein nein ohne den Typen da einen Weg zu laufen das meine ich ne Vogel 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 ich seh nur Himmel ok jetzt ist besser jetzt kann ich mir nicht aussitzen so jetzt so ist gut ja ja jetzt leck mich doch komm geh zu Fuß mach das tchaka ich schaff das Wasser habe ich vergessen ne was habe ich keins vergessen kann ich trinken zack mit dem Rinder in die Menge so natürlich ehrlich ich stehe alle kaputt wo ist der lauf Vogel jetzt lauf wo ist der ich seh nicht da rechts da ist ne Hütte ne Bude äh ne ne der zugebaute meine ich das ist prima Granate rein sind beide drinnen hm ha 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 die machte richtig kaputt ha ha ja aber aber die haben beide Waffen muss draufpassen ha 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 und ich hab n t-rex ha Vogel der nichts macht No 1 ist tot war Nummer 1 Der ist nackt, der hat nüch'n. Aber schnell zu dem anderen Rennen, er hat auf jeden Fall Waffen schon. Und Chitin-Rüstung, der ist schön. Er ist nicht nackt, er hatte nur nix an. Hatte die Doppelläufige. Wo ist der? Der T-Rex hat den gefressen, warte mal. Hoffentlich. Und da in die Dinger angehen. T-Rex, sag mal her. Er kriegst ein Level, ne, hat er nicht. Und dann liegt der rechts unten, unter dem T-Rex, am Schweizer oben rum. Die Granate hat sowas von gesessen. Krass. Moment, ich muss noch gucken, das Zeug hier, ob hier noch was drin ist. Ja. Aber ich seh' halt nur Fußbrunnen. Wenn ich mir noch einen Mörder herstellen würde, die haben 70 Zeug. Bist du schwer? Ich greif' weiter an, ich greif' weiter an. Level dich ein bisschen. Stein, weg damit. Halt. Hier, ähm, Gewicht. Okay, bing, 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 bing. Okay, wo ist der Typ? Der muss irgendwo am Schwanz vom Tier, da wo der Vogel vielleicht sitzt. Zucker. Der hat auch Level. Hat der denn hier fressen, ne, wo? Och, haben die Level, guck dir das an. Ja, ich seh' schon. Aber ich seh' den nicht. Ich seh' den leider auch nicht. Oh, ich seh' den so schnell, da krieg' keiner hier schick' ihn. Nachladen. Ja, schade. Hat der nur ne Schrotflinte dabei gehabt, der Typ? Kommt mit, Männer. er lag da hinten hinterm stein muss Wasser saufen, Wasser saufen, Jus rechts so Richtung Pontohil war noch welche dann zwei Mann, wenigstens in dem Moment wo der Tierhexe draufsteht, muss er sein müssen wir ihn abzapfen, so da rechts lag er doch wo ist denn rechts hinterm am T-Rex Arsch oder wolltest du nicht mehr rin gucken ach da liegt er er hat keine Pistole bei hat er nicht ok, was ist da oben, ist da dieses Monsterzeug drin ja, ja, ja das ist kein Taming-Gelumpe hast du doch gehört beim letzten Mal wenn du damit einen fütterst, der ist instant vollgeheilt ach so ach so, ok da muss ich hin da geh ich jetzt hin hol ich mir wenn der Aventar ist nicht im Weg stehen würde wenn ich da jetzt schnell hin kommt der Flittermann ok ok da steht ein T-Rex da steht schon wer da steht schon wer ne, nur Latte, hier naja da kommt der wenn der los ja ich da ist ich in 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 Ja, wenn er da drin ist, kann ich meine Viecher instant hochheilen. Der T-Rex ist wichtig. Ja. CTT. Zwei Stück, pass auf. Ich hab nur zwei Stück rausgeholt. Moment, T-Rex, wo ist das Zeug? Zack. Zack. Geht gar nicht, dumme Scheiße. Scheiße. Geh nur den Arsch von dem T-Rex. Ja. 3.000 nehmen hat der T-Rex. Okay. Wer hat denn da einen T-Rex abgestellt und will ihn nicht haben? An und sich sollten die den auffressen da, ne? Ja. Was ist denn, wenn du den Vogel auf Akku stellst? Dann sollte der doch den Typen folgen, oder? Wenn der da oben auf der Plattform noch ist. Hat einer gerade gepfiffen? Ich hab ihn nicht gehört, ne. Fress den Mann. Dann dürfen sie dir nicht folgen. Ja. Was meinst du zu machen? Ich hab ja gesagt, die sollen mir nicht folgen. Geht so. Okay. Hier ist ne Tasche. Hier ist ne zu fressen drin. Ach, okay. Okay, wenn ich den jetzt hier hochheilen könnte. 3.000 leben. Oh, da schaff ich mich. Da. Einen Schuss. Ganz normalen Schuss. Kann mich erschrocken, ey. Kann mich erschrocken, ey. Ich bin überladen. Da ist das Problem. Wann hab ich denn hier so viel? Weg. Weg, 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 brauche ich nicht mehr, weg. Weg. Okay, gucken gehen. Wenn die Tiere folgen die nicht mehr. Ja, ich weiß, das ist Absicht. Gut, gut. Wollts bloß noch mal sagen. Und da hinten müssen sie kommen. An für sich. Theoretisch, ja. Ja, so, stemm ich hier nochmal hin und ein den hoch. Nützt ja alle nix. Draup, 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 draup. Zack. 3.000. Weißt du, wie viel 3.000 ist? 3.000 ist jede Menge. Zack. Was ich noch machen kann? Ich kann hier Fallen auslegen. Zack, komm mal her. Falle. Lauf, lauf. Drei Minuten, ist noch Zeit. Hier, wenn sie hier... Ich fand Fliegen an für sich. Ich hab noch ein Fallschirm bei. Okay. Müsste einen haben. Lass mal gucken, hab ich ein Fallschirm. Ja, den zieh ich da oben hin. Notfall, sag ich Jus. Komm her. Lieg mal hoch und guck mal. Da kommt einer. Siehst du ihn? Zwei Spinos. Ja. Das ist gefährlich. Komm mit, komm mit Junge. Komm mit. Er rennt jetzt dahin, weil die ihn beschossen haben, der Idiot. Glockenläuten, sprache ich. Äh, Granaten. Passiv. Mach's portable. macht nix macht nix ne macht nix eine spiel rennt schon die Sau ok Okay. Kino. Okay, okay. Nachladen, genau. Die Pistole auch gleich, ja. Kasser, vor dir. Mit Feier und Bogen. Die Pistole und Bogen. Oh, hinter dir? Okay. Dumped. Ja. Ja. Alles? Wollen, wollen. Tja, mehr war echt nicht drin. Oh, Sucker. Wahnsinn. Wahnsinn. Der tut aber echt strom, wie die fliegen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir haben lange durchgehalten. Ja. Na ja, das Beste draußen macht noch. Ja, aber die mit der Hütte, hm? Alter, dass die Kanade die ganze Hütte durcheinander gesprengt hat, wäre fett, ey. Bam, die ganze Hütte weg. Hast du gesehen, wie die Hütte hin und her gelaufen sind? Scheiße, Hilfe, Hilfe. Ja, das ist so. Herrlich. Wir direkt noch eine nachlegen müssen, nur mal. Ja. Dreck zwei, kling, 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 kling. Oh. Ja, ja. Ich hab's ja trotzdem beide gekriegt, so ist ja nicht... Für jeden Fall. Aber allein für die Szene war die Folge wert, oder? Hammergeil, die Hütte so weggefetzt, ey. Ja, schade, schade. Wärst du jetzt noch dabei gewesen, denn 3000... Warte, 3000 Health und... Ah, ich nicht hast nicht gesehen. Granaten, die musste ich ja jetzt da rausspammen, weil die sonst mich mit den zwei Spinus einfach aufgefressen hätten. Klar, ne? Was soll ich da sonst machen? Muss ich die Granaten rauspumpen? Ja, schade. Auf jeden Fall, ja, naja. Ganz witzige Runde. Super toll war sie nicht, aber witzig auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Tschö, tschö. So, Leute. Wenn's euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal MrHelm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Habe die Ehre. Tschüss.